Mach dein 13,50 bitte. Klipper, klipper. Ich dachte, kein Banken für dich. Kein Portemonnaie dabei? Nee. Du hast doch auch deine Girocard von den Volksbanken Reifweisenbanken auf deinem Handy, oder? Siehste, kannst du hier einfach fürs Gerät halten. 13,50. Genau, und zack, haben wir unser Geld und du kriegst ein Sandwich. Kontaktlos zahlen mit den digitalen Karten. Jetzt bestellen in der VR-Banking-App. Bezahlt mit dem Telefon. Junge, Junge, Junge.